Ja, jetzt fährt der Zug bespannt mit einer Diesellok wieder zurück nach Aluxne. Das sind fast 40 Kilometer, die wir da heute mit der Bahn zurückgelegt haben. Also wir nehmen zurück fast 80. Hier nochmal schön der Zug im Bild. Und der fast schlossähnlich gebaute Bahnhof. Soweit ich weiß, ist das gar nicht mal so eine große Stadt. Das ist das gar nicht mal so eine große Stadt.